Buenos Dias a todos in der Verkosterei El Gusto Español. Treten Sie ein und lassen Sie sich in Baden bei Wien von der kulinarischen Vielfalt Spaniens be- und fernzaubern. Als Botschafter der spanischen Esskultur verwöhnen wir Sie bereits seit 1998 sowohl in unserer Tapasbar als auch mit Produkten über die Gasse aus unserem Feinkostladen mit authentischen Delikatessen direkt aus Spanien. Erleben Sie Spanien neu. Von herzhaften Wurst- und Käsespezialitäten über erlesene Weine und Spiritosen bis hin zu süßen Sünden erwarten Sie original iberische Köstlichkeiten und alles was das Feinschmeckerherz begehrt. Genießen Sie die frische Spaniens in gemütlicher Marktatmosphäre und entdecken Sie weitere Leckerbissen und Zutaten für zu Hause. Mit einem großen Lager im Wert von rund 150.000 Euro ist El Gusto Español für seine Großhandelskunden, also die Gastronomie, die Hotellerie und ausgewählte Geschäfte immer lieferfähig. Gerne übernehmen wir auch das Catering für die nächste Feier. Besuchen Sie uns online oder kommen Sie doch einfach zum Verkosten an unserem Stand am Grünen Markt in Baden vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hasta luego. Nos veremos. .